Ein Schwan fällt vom Dach und niemand fragt, wie viele unterbezahlte Finger haben seine Hasskappe gehäkelt. Negativ belegte Brote könnten unsere Freunde sein. Muss das so sein? Ja, ist denn die Zukunft ein Extremsport, dessen Regeln aussehen wie ein Gedicht? Sehe ich aus wie ein Gedicht? Seht ihr aus wie ein Gedicht? Österreicher lösen in Beliebigkeit ertränkte Impulse nicht aus, was mühsam verhindert werden sollte. Verdorbene Organe werden verschüchtert zurückgesteckt. Aber es muss doch einen vernünftigen Weg geben, liebe Gemeinde, auch wenn wir Ricola Broccoli noch nicht kaufen können. Der Vorgeschlag ist da! Aus dir sagen, stimmte Musik Aus dir G� muss 셋 Aus dir Aus dir Aus dir Mit Try to be